Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Make-Up Rocko und herzlich willkommen hier zum Podcast. Jetzt wird's bunt. Hier geht es rund um das Thema Beauty, Make-Up und Freischnauze. Alles, was das Thema im Beauty-Bereich betrifft, Marketing, Business und so weiter. Wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert meinen Podcast. Volumen wünsche ich euch viel Spaß. Rock the Make-Up! Yo Leute, was geht ab? Hier ist euer Make-Up Rocko und herzlich willkommen bei einer ganz kurzen Promo-Sendung bei Jetzt wird's bunt. Denn ich habe mein erstes eigenes Hörbuch rausgebracht. Wie vielleicht viele wissen, habe ich eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Make-Up als Business. Link ist in der Beschreibung. Und da tauschen wir uns aus rund um das Thema Make-Up, aber beziehungsweise mehr den Bereich Business. Und ich habe passend zu dieser Gruppe ein Hörbuch erstellt. Das Ganze geht über eineinhalb Stunden, wo ich über das Thema Business allgemein und auch über den Beauty-Bereich, beziehungsweise Make-Up-Bereich euch Tipps gebe. Und ich möchte mal sagen, das Hörbuch ist wirklich für alle, die entweder selbstständig sind, die es werden möchten, die Friseure sind, Visagisten allgemein, wo in der Beauty-Branche tätig sind. Und ich glaube, ich habe ein sehr, sehr schönes, bunt gemixtes Hörbuch zusammengestellt, wo wirklich für jeden was dabei ist. Ich habe bis jetzt eigentlich nur positives Feedback bekommen. Und ich hoffe, das geht auch so weiter. Also wenn ihr Bock drauf habt, auf ein Hörbuch, der Vorteil ist natürlich, ihr könnt es von überall anhören. Egal, wo ihr seid, ladet es euch runter auf euer Handy und so weiter. Und egal, ob ihr in der U-Bahn unterwegs seid oder im Auto oder auch abends gemütlich auf der Couch liegt, könnt ihr das Hörbuch anhören. Und ich hoffe, dass ich euch da ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, worauf man in der heutigen Zeit achten sollte, um sein Business etwas weiter voranzutreiben. Ja, wie gesagt, eine ganz kleine, kurze Folge für zwischendurch. Eine kleine Eigenwerbung muss natürlich auch mal zwischendrin sein. Und wie gesagt, Link zu dem Hörbuch findet ihr in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Hörbuch und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn es heißt, jetzt wird's bunt.